Die Gruppenphase ist vorbei und in diesem Video soll ein Blick auf den dritten Spieltag geworfen werden, wie die Partien ausgegangen sind und es soll auch mal geschaut werden, welche Gruppendritten es denn jetzt geschafft haben, ins Achtelfinale zu kommen. Und eine kurze Anmerkung vorneweg, das Achtelfinale selbst behandle ich in einem anderen Video. In dem Achtelfinale-Video schaue ich dann, wie lauten die Begegnungen und wie ist die bisherige Bilanz in diesen Duellen zwischen den entsprechenden Ländern. Also einfach in die Beschreibung schauen, wenn es euch interessiert, da ist dann die Verlinkung zum Video zum Achtelfinale. Hier schauen wir also zunächst einmal zurück auf die Partien, die gespielt worden sind in den Gruppen A bis F am dritten Spieltag. Schweiz, Frankreich, Rumänien, Albanien, das waren die Partien in Gruppe A. Zwischen Schweiz und Frankreich ein 0 zu 0 mit sieben kaputtgegangenen Trikots und einem zerstörten Ball. Insofern waren das neben Pogba's Lattenkracher die großen Highlights in der Partie. Und zu guter Letzt heißt das natürlich dann auch, Frankreich hat den Gruppensieg klargemacht. Nun haben sie vielleicht nicht so brilliert und haben zweimal auch spät gewonnen, aber sie haben den Gruppensieg eingetütet und das ist das Wichtigste in diesem Moment für die Franzosen gewesen. Die also jetzt als Gruppensieger weiterziehen ins Achtelfinale. Die Schweizer erreichen ebenfalls das Achtelfinale mit fünf Punkten aus drei Partien und ohne Niederlage. Rumänien, Albanien, das war eine Partie, in der es noch um sehr viel ging. Die Rumänen, die mit einem Sieg in die Runde der letzten 16 vorstoßen wollten. Die Albaner, die die Chance hatten, ebenfalls ins Achtelfinale einzuziehen. Am Ende ein 1 zu 0, der erste Sieg Albaniens bei einer Europameisterschaft. Und er wurde gefeiert, als wäre es schon viel, viel mehr gewesen. Am Ende mussten die Albaner noch warten und erfuhren dann am Mittwochabend, dass dieser Sieg letztendlich zu niedrig ausgefallen ist und sie ausgeschieden sind. Gruppe B, Russland, Wales, Slowakei, England. Und da hat Wales mit einem furiosen 3 zu 0 gegen Russland die Spitze in Gruppe B zurückerobert. Russland enttäuschte und das zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Da ist also jetzt noch viel Arbeit zu leisten, wenn es bei der WM besser laufen soll. Wales dagegen zieht mit 6 zu 3 Toren und 6 Punkten als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Und hat damit das Battle of Britain, zumindest was die Gruppe angeht, oder in der Gruppe gesehen, gewonnen. Denn die Engländer kamen nicht über ein 0 zu 0 gegen die Slowakei raus. Ein 0 zu 0, woran die Engländer zumindest lange gerüttelt haben, gute Chancen hatten, aber letztendlich die Tore oder zumindest das Tor nicht gemacht haben. Ohne Niederlage geht es in die nächste Runde, aber auch nur mit einem Sieg. Und insofern ist bei den Engländern ein bisschen Ernüchterung auf jeden Fall eingekehrt, nachdem man doch gehofft hatte, die Gruppe klar gewinnen zu können. Gruppe C, das ist die Gruppe mit Deutschland. Und da gab es jeweils zwei knappe Siege. Deutschland 1 zu 0 gegen Nordirland und Polen 1 zu 0 gegen Ukraine. Im Deutschlandspiel, jeder der es gesehen hat, hat es gesehen, die Nordiren waren fast gar nicht im Strafraum der deutschen Mannschaft. Insofern war dieses 1 zu 0 hoch verdient. Allerdings hätte es natürlich auch höher ausfallen müssen. Und das ist so ein bisschen das Problem, das die deutsche Mannschaft bei diesem Spiel, aber auch schon vorher durchaus hat anklingen lassen. Die Chancenverwertung ist noch nicht optimal. Und die muss sich jetzt in der K.O.-Phase auf jeden Fall verbessern, wenn man möglichst weit kommen möchte. Die Polen dagegen hatten gegen die Ukraine ihre Mühe. Oder anders gesagt, die Ukraine hat das gut gemacht, hatte eigene Chancen und war ja auch schon fast nah dran, das eigene Tor zu machen. Am Ende schießt die Ukraine kein Tor in diesem Spiel. Und damit verbleiben sie auch bei einem einzigen EM-Tor, das sie jemals geschossen haben von vor vier Jahren. Die Polen mit diesem 1 zu 0 dann punktgleich mit Deutschland, aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Rang 2. Die Nordiren mit drei Punkten sind im Übrigen auch weiter als einer der besten Gruppen dritten. Das sehen wir gleich nochmal. So, Gruppe D. Das war ja eine Gruppe mit sehr, sehr interessanten Teams, weil alle sich Chancen ausgerechnet haben, weiterzukommen. Die Kroaten haben ja für viele überraschend dann doch Spanien geschlagen nach einem Rückstand. Sie haben das sehr gut gespielt. Die Spanier hatten am Anfang ihre super Chance, die sie auch gemacht haben, haben dann aber insgesamt nicht diese Brillanz gezeigt, die sie noch beim Spiel gegen die Türkei hatten. Der Europameister also von vor vier Jahren und vor acht Jahren ist also damit nur Zweiter in der Gruppe. Und die Kroaten, das muss man so sagen, haben eigentlich in allen drei Spielen überzeugt. Sie haben gegen Tschechien die letzte Viertelstunde vergeigt, haben da nur ein 2 zu 2 erreicht. Aber haben einen sehr guten und sehr starken Eindruck hinterlassen. Und es wäre wenig verwunderlich, wenn die Kroaten jetzt noch richtig durchstarten in der K.O.-Phase. Und der erste Gegner wird dann Portugal sein, den es zu schlagen gilt auf dem Weg ins, ja, im Grunde ins Finale und zum Sieg. Das ist doch bestimmt jetzt der Anspruch der Kroaten. Die Spanier also auf Rang 2. Und das beschert ihnen ein schweres Achtelfinale gegen die Italiener. Also eine Neuauflage des Finals von 2012. Die Türkei hatte 2 zu 0 gegen Tschechien gewonnen und damit lange noch die Chance gehabt, als einer der besten Gruppendritten einzuziehen. Am Ende langte es nicht mehr, sondern man ist nur der fünftbeste Gruppendritte. Und damit ist die Türkei ausgeschieden, ebenso wie Tschechien nach der 0 zu 2 Niederlage mit einem Punkt E-Letzter und damit chancenlos. Gruppe E. Italien, Irland, Schweden, Belgien. Auch hier wie in Gruppe C zweimal das gleiche Ergebnis, jeweils ein 1 zu 0. Schweden, Belgien. Da war Schweden bemüht, irgendwie das Tor zu machen und die Führung zu bekommen und möglicherweise so noch ins Achtelfinale einzuziehen. Es war ja sozusagen jetzt im Nachhinein das Abschlussspiel von Zlatan Ibrahimovic in der Nationalmannschaft. Am Ende hat es nicht gelangt. Sie haben zwar dann und wann natürlich mal eine Chance gehabt, gerade am Anfang, nach dem Freistoß in der ersten Halbzeit, als der Schuss dann doch zu zentral kam. Da hätten sie in Führung gehen können. Und am Ende also nur ein einziges Tor bei der EM. Und das ist das Eigentor, das im Irlandspiel geschehen ist. Somit ist man ausgeschieden. Belgien hat den zweiten Sieg eingefahren. Nun muss man sagen, für einen Mitfavoriten relativ glanzlos. Aber am Ende hat man diesen zweiten Platz gefestigt. Irland hat überraschend gegen Italien gewonnen. Man muss natürlich sagen, überraschend immer in Klammern gesprochen. Die Italiener waren schon qualifiziert. Die Italiener spielen gegen Spanien. Und da will man weder eine Verletzung noch eine Sperre riskieren. Deswegen wurde sehr stark rotiert. Die Aufstellung von Bonucci war im Grunde die Überraschung des Spiels. Da er ja auch gelb vorbelastet war. Es ist am Ende alles gut gegangen. Italien mit einem späten Gegentreffer war trotzdem bemüht, auch selbst in Führung zu gehen. So ist das nicht letztendlich. Aber genügte es nicht. Und man hat mit 0 zu 1 verloren. Und das führt dazu, dass Irland mit vier Punkten den Sprung ins achte Finale geschafft hat. Und damit im Grunde den Türken noch in relativ später, nicht letzter Minute, aber zu später Zeit noch diesen vierten Platz bei den Gruppendritten weggeschnappt hat. Gruppe F, das waren zwei sehr, sehr unterhaltsame Spiele. Vor allen Dingen aber das Spiel Ungarn gegen Portugal war Unterhaltung schlechthin. Dreimal ging Ungarn in Führung, dreimal musste Portugal zurückkommen, denn sonst wären sie sicher ausgeschieden gewesen. Und dreimal konterte Portugal erst Nani und dann zweimal Cristiano Ronaldo und vor allen Dingen das Hackentor zum 2 zu 2. Das zeigte die Brillanz, die dieser Portugiese hat. Und diese Brillanz konnte er bis dato im Turnier nicht zeigen. Jetzt hat er es geschafft. Ein Doppelpack, der erste und einzige Spieler bisher, der viermal hintereinander bei einer Europameisterschaft getroffen hat. Und jetzt ist er nur noch ein Tor hinter dem Rekordschorschützen bei einer EM, das ist Michel Platini. Vielleicht schafft das ja CR7 bei dieser EM noch, diesen Rekord zu egalisieren oder sogar zu übertreffen. Ansonsten, Island, Österreich. Island früh, zumindest in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Die Österreicher mit einem vergebenen Elfmeter, dann in der zweiten Halbzeit durch Schöpf mit dem 1 zu 1 wieder dran. Aber die Österreicher brauchten unbedingt noch ein Tor und das sollte ihnen versagt bleiben. Stattdessen der Knockout in der vierten Minute der Nachspielzeit. Island spielt den Konter mit letzter Kraft zu Ende. Sieg und damit auch in letzter Minute noch Rang 2 vor Portugal, die auf Rang 3 abgerutscht sind. Und jetzt natürlich die Frage, wer hat es denn jetzt geschafft in die K.O.-Phase? Neben den ersten beiden jeder Gruppe. Und das sehen wir hier. Die Slowakei ist der beste der Gruppentritten. Irland dahinter. Portugal und Nordirland folgen. Für die Türkei und für Albanien ist das Turnier beendet. Sie hatten zwar drei Punkte, aber wie man sehen kann, die schlechtere Tordifferenz. Bei den Türken, klar, wird dieses 0 zu 3 gegen die Spanier in schlechter Erinnerung bleiben. Beziehungsweise dürfte dieses 0 zu 3 ausschlaggebend gewesen sein, dass man eben nur Fünfter dieser Tabelle ist. Mit einem 0 zu 1 hätten sie zum Beispiel noch den Stand von Nordirland egalisiert. Nun, das zum dritten Spieltag und unten in der Beschreibung findet ihr dann das Video zum Achtelfinale.